Ähm, ja, äh, danke, Jollifant. Mehr Eiscreme. Eiscreme. Muffel, verwandle dich in einen Bulldozer, damit wir all das Eis hier beseitigen können. Muffel kann nicht. Muffel zu voll. Der Jollifant macht zu viel Eis. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, und es ist nicht gesund für Muffel. Wir sollten losgehen und einen menschlichen Begleiter für den Jollifant finden. Okay, Jollifant, zeig Giraldo, was du kannst. Na, was sagst du? Möchtest du der Begleiter des Jollifant sein? Nein, 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 nein. Das ist so leicht. Giraldo's Gelado ist nicht irgendeine Eisfabrik. Ich bin ein Künstler. Guck mal, da drüben ist ein Feuer. Aber Feuerwehrmann Kürben geht das Wasser aus. Und Muffel kann sich immer noch nicht verwandeln, weil er zu viel Eis gegessen hat. Jollifant benutzt dein Eis, um das Feuer zu löschen. Wow! Vielleicht kann Feuerwehrmann Kürben, der neue Begleiter von Jollifant, werden. Das war super. Du bist ein echter Held. Ein Held? Das wird Tage dauern, dieses Chaos zu beseitigen. Oh, ich glaube, Herr Wendebus hat recht. Es tut mir leid, dass wir keinen passenden menschlichen Begleiter für dich finden konnten. Aber keine Sorge, du wirst immer ein Zuhause hier im magischen Tierladen haben. Hallo? 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 Ja, hallo. Ich suche nach einem magischen Haustier, das die Kinder im Kinderkrankenhaus aufheitern kann. Hallo? Musik Moffel, verwandle dich in einen Hubschrauber. Tschüss, Jollyphant. Musik